moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren adventskalender folge ja ich hoffe jetzt geht jetzt mit dem gerät der feldhexer selber wollte ja nicht da habe ich gerade das falsche gerät gemietet ich hoffe das funktioniert jetzt hiermit so wir gucken wo unser anhänger steht da war auch eine wilde eierei ne obwohl ich ein gewicht dran habe dann muss ich das doch gleich mit dem mb trug machen oder so ich hoffe das wirft jetzt so weit das ding sieht ja schon mal gut aus so so Genau. Da kann man auch schon mal nicht meckern. So, jetzt drehen wir einmal ganz frech über die Straße hier rüber. So, jetzt drehen wir einmal ganz frech über die Straße. Hm, okay, ich kann anscheinend nur außenrum fahren, weil das nach rechts weiter ausliegt. Okay, wir fahren mit dem Kreis. Wir haben schon genug Platz gefahren, wir wollen nicht noch mehr Platz fahren. Okay. 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 Jetzt bergauf. Jetzt, äh... Fehlt dann die Power, oder was? Komm, das schaffst du. Wir kommen gleich mit dem MB-Truck, würdest du sagen. Obwohl, machen wir gleich. Aber der hat mehr Power. Ah, oms. So. 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 Okay, gewichtsmäßig auf jeden Fall das gleiche Problem. Aber zug- und arbeitsmäßig nicht. Oh, Wagen ist voll. So, dann lassen wir den da stehen. Wir fahren einmal die ganze Ladung zum Buch. So. 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 kommst du an als aber käse mit dem bei rein mehr geht nicht manchmal vier sorry ich muss jetzt einmal drehen also nicht ich 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 Na, schaffe ich? Ja, die Reihe schafft. Aber, das schauen wir uns morgen an. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen 23. Dezember, also letzter Tag vor Weihnachten. Mal schlafen. Danke fürs Einschalten als Gewinnspielen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.